In diesem Video geht es um die besten Gemüsehobel. Der Qualitätssieger in unserem Gemüsehobel-Test geht an den Milfea. Frische Salate, knusprige Gemüsehobel-Suppen gelingen mit diesem Gemüseschneider mühelos. Da Gurken, Radieschen, Karotten, Lauch, Zwiebeln oder andere Zutaten zubereitet werden, können sie in kürzester Zeit eine Vielzahl von Gerichten zubereiten, sodass in der Küche keine Zeit für Langeweile bleibt. Das modische Erscheinungsbild dieses innovativen Küchenhelfers macht auch Lust auf frische Zutaten. Mit seinem frischen Grün und seinen ergonomisch perfekten Linien überzeugt es jeden, der in kürzester Zeit knusprige Salate, köstliche Suppen oder abwechslungsreiche Gemüsebeilagen auf den Tisch zaubern möchte. Der Mandolinenschneider kann auf Gemüse wie Karotten, Sellerie, Pastinaken oder Kohlrabi arbeiten, aber auch Käse oder Schokolade können gerieben und zu feinen Julienstreifen verarbeitet werden für Rohkostsalate zu verarbeiten. Drehen Sie einfach den Knopf, um Stifte und Würfel aus Gemüse und Obst herzustellen. Der rutschfeste Griff bietet einen bequemen Griff und ist somit das ideale Handwerk für jeden professionellen Koch. Ohne kompliziertes Entfernen oder Ersetzen der Klinge bleibt das Gemüse für die Reinigung nicht auf der Klinge hängen. Lassen Sie den Edelstahlschneider Ihre Hände frei. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Rösle Hobel mit V-Klinge. Der Küchenhobel schneidet Gemüse mühelos in gleichmäßig dünne Scheiben aus einem Stück gearbeitete, V-förmige Klinge für reduzierten Kraftaufwand beim Schneiden. Hobel mit fünffach verstellbarer, scharfer Klinge bis zu 5 mm Höhe mit Gemüsehalter zur Verringerung der Verletzungsgefahr. Klinge auswechselbar und als Ersatzteil verfügbar. Ergonomies Schergriff aus Kunststoff für sicheren Halt. Silikonstandfuß mit solidem Stand für rutschfestes Arbeiten und zur Vermeidung von Verletzungen. Hygienisch, geruchs- und geschmacksneutral sowie pflegeleicht dank des rostfreien Edelstahls um die Klinge zu schonen, empfiehlt sich die Reinigung per Hand. Länge 44 cm, Breite 13 cm, Höhe 9 cm. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gemüsehobel-Test ist die Lifehide Allzweckreibe. Die Lifehide Allzweckreibe ist der perfekte Küchenhelfer beim Verwerten von Gemüse. Dank fünf verschiedener Einsätze ist sie sehr variabel und schneidet so gut wie jedes Gemüse in unterschiedlich dicke Scheiben bzw. reibt es von fein bis grob. Selbst Tomaten lassen sich dank des integrierten Tomatenmessers problemlos schneiden. Der praktische V-Einsatz verringert durch seine schrägen Schnittkanten den Widerstand der Tomatenhaut, sodass gleichmäßige Scheiben mit sauberen Kanten entstehen. Durch einen kleinen Hebel kann das Schneidemesser individuell verstellt werden und das Gemüse lässt sich je nach Bedarf in dünne oder dicke Scheiben schneiden. Ein integrierter Restehalter verhindert Verletzungen an den Fingern und sorgt für eine optimale Verwertung des zu schneidenden Gemüses. Nach Gebrauch kann die Reibe ganz einfach in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Die hochwertigen Reiben und das Messer aus Edelstahl behalten auch nach mehrmaligem Spülen ihre Schärfe bei. Alle 5 Einsätze können platzsparend in das Gehäuse geschoben werden, woraufhin die Allzweckreibe platzsparend verstaut werden kann. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.